Also das ist einfach aufgehangen an ganz einfachen grammatischen Regeln, also zum Beispiel, wenn wir den Genitiv Singular angucken und den Akkusativ Plural, also zum Beispiel das Buch des Schülers. Ich würde mittlerweile sogar fast so weit gehen zu sagen, dass man sich Gendern leisten können muss, weil es eben Menschen gibt mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache lernen, die sowieso schon sehr schwer ist, wo das einfach nochmal ein erschwerendes Element ist. Und Menschen eben mit Leserechtschreibschwäche, Legasthenie, es gibt einige Umfragen, die sogar sagen, dass ungefähr 10 Prozent in Deutschland davon betroffen sind, dass sie zumindest Schwierigkeiten haben, Sprache zu lernen, dass die eben auch so ein bisschen zurückbleiben bei dem Thema.